Und herzlich willkommen hier zurück bei Unturn, dieses kostenlose Superspiel auf Steam. Und eine Schaukel, die sich nicht bewegen lässt. Und Moni Poni. Hallo. So. Ah, ich hab einen cooleren Hut. Oh, nicht schon wieder Zombies. Lassen wir dich in dem glauben. Oh mein Gott! Wer will zuerst? Ah! Ah! Alter! Fick dich! Er hat mich erwischt. Ich sollte diese Fäkalsprache lassen. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich glaube, ich werde bald sterben. So, jetzt tanken wir mal hier die Karre. Ähm, du regenerierst deine, auch, äh, deine Dingsbums auch automatisch, ne? Deine HP. Wie denn? Alter, äh, einfach, einfach warten. Und nicht sterben. Und nicht getroffen werden. Ich war gerade am Autotanken und einer hat mich gefressen. Na, bist du jetzt tot? Ja. Och, Moni. Ja, kann ich ja nix für. Ja klar, mal ein bisschen aufpassen, Mensch. Ja, ich dachte, ich hätte langsam alles. Ich dachte. Ich bin hier auf dem Friedhof. Respawn. Alter, ist das eine Kerze? Ja, sicher. Da hat einer seine Magazine auf dem Friedhof vergessen. Ich vergesse meine Waffen-Magazine auch immer auf dem Friedhof. Na klar. Ah, es wäre cool, wenn man hier so eine ganze Stadt auf einmal mit Elektrizität wieder befüllen könnte. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool. So, was haben wir denn hier? Warte mal, Nägel. Können wir denn damit was craften? Zack. Die am Stock. Ja, irgendwas kannst du bestimmt craften. Das ist unbekannt, wenn wir da noch die reinhauen. Das ist auch unbekannt. Ähm, ja. Was haben wir denn noch hier alles? Ein Colt. Passt da? Hm. Hätte ich mir Pelz. Schade. Ah, den Baustrahler nehme ich mit. Aber wozu brauchen wir einen Pelz, ey? Ich glaube, da kann man irgendwas draus craften. Ja, das hätte ich mir fast denken können. Aber auch nur fast. Warum fragst du dann? Ja, das war eine rein Retour. Ein Coyote-Pack. Wie geil. Gleich mal aufsetzen. Coyote-Pack? Ja. Das ist so ein Rucksack. Gucken, ob der Rucksack auch größer ist. Und tatsächlich. Wie geil. Hast du schon einen Rucksack? Nee, ne? Jetzt nicht mehr. Weil dann nehme ich den mit und dann kannst du den nachher haben. Mein Alten. Ja. Such mich jetzt mal hier in so ein Haus zu schleichen. Mach mal. Ist tatsächlich besser, mich zu rennen. Hören die zwar mich ein, nicht. Hier sind ein paar Pizzakartons. Alter, voll die Nerd-Ecke hier. Pizzakartons, Doppelmonitore und ein Stuhl davor. Und ein paar Tassen auf dem Boden. Voll die Nerd-Ecke. So, bei mir zu Hause. Oh, eine Hose. Oh ja, lol. Was denn? Das sieht ja geil aus. Ja, ich sehe das ja gerade im Stream. Ach so. Vor allem nicht mal einen Schreibtisch, sondern die Monitore einfach auf dem PC gestapelt. Richtig. So will man mit zu Hause. Geil. Sehr gut. Kurz was trinken. Schön Energy-Drink. Oh, da unten sind noch Zombies. Nehmen wir gleich mal mit. Jetzt hab ich wenigstens ne Hose. Wird Zeit, ey. Was haben wir denn hier noch Schönes? Alter! Ne Outfield! Das waren Waffen und alles, sollte es mir jetzt hier eigentlich nicht mangeln. Was haben wir hier noch? Bei Benzin wäre jetzt noch super. Was ist das? Oh, Korn. Nehmen wir mal mit. Wenn wir nachher was anpflanzen wollen, können wir was machen. Alter, kann ich das benutzen? Ah, schade, schade. Hier ist ein Boot. So ein kleines, weißt du? So ein Holzboot. Ja. Wäre cool gewesen, wenn man das benutzen kann. Geht nicht? Ne. Oh, scheiß Zombies. Aber ich glaube, das ist schon eine neue Stadt, wo ich hier bin. Oh, wie komme ich denn jetzt? Was ist das? Ach, auch noch Korn. Das ist, wenn ich mich direkt hinter ihm vorbeischleiche, dass er mich nicht sieht. Ah, nope. What? In your face! Also wie ihr seht, für jede Punkte, für jeden Kill bekommt man hier auch EP. Die können wir gleich fast killen. Machen wir auch gleich. Ich habe bestimmt schon wieder ein paar gesammelt. Moni, wenn wir uns das nächste Mal gefunden haben, werden wir mal langsam was bauen, ne? Oh, fuck. Jetzt hat er mich gesehen. Lauf! Ich wüsste, wo du bist. Dann würde ich dir zur Hilfe eilen. In einem Café bin ich. Das macht Sinn, ja. Dort ist es sicher. Ja. Bin ich mir auch sicher. Oh, Potato Chips. Ich habe einen, äh, Leucht, wie nennt man hier, Leucht, Leuchtstab. Was ist das? Was ist das? Frying Pen? Oh, ich glaube, damit kann ich Zombies erschlagen. Pfanne. Ja. Oh, wenn mal auf dem Tisch drauf ist, kommen sie nicht an einen ran. Okay. Probier das mal. Die haben ein bisschen am Hirn eingebüßt. Ich bin hier gerade in so einem Feriencamp. Einmal im Ferienlager. Oh, ich weiß Bescheid. Ja, klar. Ja. Ich war nie im Ferienlager. Ich war auch nie im Ferienlager. Willkommen im Club. Oh Gott. Oh Gott. Boah, da ist ein Hangar. Boah, schwimmen wir da rüber, Leute? Können wir eigentlich machen, ne? Ich bin hier gerade. Hier haben wir ja alles von der Stadt gesehen. Oder ist das da? Nee, da kommen wir nicht her. Da kommen wir nicht her. Aber da liegt was. Beim Hangar gibt es auf jeden Fall, oder sollte es eigentlich Öl geben? Und Öl, beziehungsweise Benzin. Und dann können wir Moni hier einsacken und einsammeln. Was haben wir denn hier? Kot. Was ist Kot? Also COC. Warte, ich gucke mal, wie es aussieht. Alter, fuck it. Ich bin tot. Nein. Ah, von hinten kam so ein scheiß Zombie und ich war im Militrinner. Ja, siehste. Ja, siehste. Ja. Scheiße. So ist das. Und schon ist da alles wieder los, ey. Kacke. Immer mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja. Wie im Knast. Ja. Wie im Knast. Scheiße, ey. Boah, und ich hatte so viele Punkte. Ich hatte doch so viele Punkte. Alle weg. Ja. Aber die Pfanne geht erstmal so als. Ah, der Loot bleibt da liegen. Das heißt, wenn ich da wieder hinkomme, dann könnte ich mir meinen Loot wiederholen. Jo. Könntest du machen. So, haha, je doofen Zombies. Hahaha. Idioten. Kodach. Oh, oh. Boah, ist hier viel Essen. Ich hab Tomatensaat gefunden. Cool. Anpflanzen. Oh, Large Bottle Water. Ich glaub, die sollte ich mal mitnehmen. Und ein Butcher Knife. Wie geil. Okay, tauschen wir die Pfanne gegen das Schlachtermesser. Muhaha. Oh, oh. Yay. Ach, scheiße. Ich bin... Nein, die... Alter Drecksack, nimmt eure Füße vom Bett. Gehört sich nicht. Denken kein Anstand, Genossen. Scheiße, ey. Wie kriegst du denn mein ganzes Zeug wieder? Ich frisch erst mal ein paar Bären. Ja, ist immer gut. So, ich bin jetzt ein Koch. Oh, da ist ein Funkturm oder sowas. Gucken wir mal hin. Wo bist du? Ich bin jetzt ein Koch, hab ich gesagt. Ich hab mir jetzt eine Kochjacke angezogen. Was ist das? Dazu müsste man auch kochen, Gelmoni. Kann ich. Ach, hör auf. Na klar. Das ist eine Lüge. Eine Dreiste dazu. Sogar sehr gut kochen. So, Schlachtermesser. Gibt es Zeugen? Wahrscheinlich nicht. Doch, klar. Hm, was ist das? Arrow. Ach, hier wären Pfeile gewesen. Kommt ein bisschen spät, ne? Da kann ich hoch. Ein Traum. Aber will ich da hoch? Ist da oben irgendwas Besonderes? Ich geh einfach mal hoch. Wenn ich springe, ich wieder runter und sterbe. Und das ist mir wert. Also in der Stadt ist echt viel. In der Bananastadt. Okay. Oh, nein! Scheiße. Aber man bricht sich nur die Beine, wenn man runterfällt. Nicht, aber alles. Wui! Es runterfallen macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich lass mal kurz auffressen. Warum hier? Nimmt mich. Nimmt mich! Vielleicht spawn ich ja in Bollytown. Äh. Ach, das ist die neue Stadt, ne? Dein Ernst? Ich bin da gespawnt. Echt? Ja. Lull. Lull. Wie geil. Jetzt muss ich nur noch den scheiß Steg finden. Kann meine Klamotten wieder anziehen. Und bin dagegen. Oh, ich brauch einen Rucksack. Hier ist so viel Zeug. Ja, ich sammel dich gleich ein. Ich schwung gleich schnell rüber. Hol mir das Benzin. Hol dich ab. Und dann bauen wir ein Lager. Yay! Also ich bin in der Stadt mit den Bananen, die sehr teuer sind. 44,99. Cent. Nee, 44 Dollar, 99 Cent. Winchester Clipper. So, komm du Arschloch-Zombies. Mal gucken, wie viele Schläge du auf den Kopf aushältst. No. Komm hierhin, Chefkoch. Ein Schlag hat er ausgehalten. Haha. Niemand legt sich mit... Scheiße, im Wasser. Ähm, ja. Super. Niemand legt sich mit... Hier ist noch Sprit in dem Auto. Oh mein Gott. Kaxel an. So, warte mal, wo... Ich brauche erst einen Rucksack. Äh, Coyote-Backpack ziehen wir einmal an. Ich fahre mal los. Wo bist du? Ich bin in Bollytown. Nee, ich bin jetzt gleich auf dem Weg, ähm, zum, 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 zum Militärbasis. Ja, ich fahre jetzt einfach mal los. Ja. Wir werden uns irgendwo dann sehen. So, wo ist mein Katana? Da ist mein Katana. Also hast du deine Sachen gefunden. Und ich glaube, dass da hinten ist die Militärbasis. Das war schau. Ja, meine Sachen hab ich gefunden. So, da hinten ist auf jeden Fall... Also ich geh jetzt, äh, in Richtung Militärbasis. Also schwimm jetzt da einfach hin. Ich überfahre ein paar Zombies unterwegs. Ich glaub, das macht Sinn. Da ist so ein großer Tower. Und diese breiten Hangare, weißt du? Äh, es ist die kanadische Militärbasis. Was? Da sind so kanadische Flaggen. Keine Ahnung, ich seh noch keine Flaggen. Ich bin noch im Wasser. Ich schwimm ja grad mal rüber. Oh, diesen hab ich noch halb erwischt. Na, mal rüberfahren. Moni auf Tour. Ja. Und ich nehm ja auch noch mit. Und hier steigen wir aus. Yay. Fahrt ihr jetzt eigentlich mit Zug oder mit Auto zur Gamescom? Mit Auto. Ich bin echt noch im Überlegen. Fahrt ihr jetzt mit Auto auf Heimgezug? Ich weiß es nicht. Also für uns ist es günstiger mit dem Auto. Ja. Ja. Das, das... Vorteil wäre, ich hab, ähm... Parkplatz bei der Gamescom, weißt du? Den ich nutzen könnte. Ach, an der erste, hab ich mit dem Auto fahren. Was? So ein schickes Auto. Ja, ich weiß. Ich mag eigentlich Stadtverkehr nicht so ganz, weißt du? Ja. Bastian sagt gerade, es ist der Airport, wo ich hinfahre. Ah. Der Flughafen. Na, ich bin wirklich an der Militärbasis. Okay. Also da mit der Schranke vorne dran. Mhm. Hier finde ich ja bestimmt einen Rucksack. Ach ja, ach ja, ach ja. Was ist das? Ich liebe schwimmen. Mal, kann ich denn schon was verstatten hier? Was ist denn ein NATO-Tracker? Also Tracer, nicht Tracker. Tracer? Weiß ich nicht. NATO-Tracer. Stirb, Zombie. Stirb. Was ist das? Ach so, Travel Bag. So, ich hol jetzt mal eine dicke raus hier. Ich bin bored. Bei, nee. Wir machen das Ganze auf friedliche Art und Weise. Mit dem Katana in dem Rücken. Sehr friedlich. So, in your face. Ich bin da, wo dieses rote Haus vor ist, weißt du? Also dieses kleine rote Gästezimmer. Ja. Ich bin aber noch in der Militärbasis. Oh, ich knall da jetzt erstmal alle Zombies weg. So. 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 So ein bisschen tot. Chefkoch, du gehst bitte auch. Hast ja nichts zu suchen. Ich sehe immer zu, dass ich irgendwie Gas finde, beziehungsweise Benzin. Nix, 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 nix. Okay, dann gehen wir weiter. Eine Knarre brauche ich nicht. Da habe ich schon zwei. Das Auto steht Kopf. Pieks. Pieks. Alter, der hält zwei davon aus. Alter, Walter. Hardcore. Oh, der frisst mich schon wieder. Was ist denn ein Barret? Äh, keine Ahnung. Okay. Was weißt du eigentlich? Also, hier nicht so viel. Military Bullets. Ja, die sind gut. Wow. Gut für die Gesundheit. Man muss ja echt aufpassen. Die kommt von hinten, die Drecksacke. Die kommt von hinten. Ich stelle mich jetzt hier hin. So. Von dir sehe ich, ob einer kommt. Was kann denn weg? Animal, äh, Travel Pack. Hast du jetzt schon einen Rucksack? Nee, immer noch nicht. Hm. Hm. Was ist das? Bonjour Clip. Genau, weg. Erstmal. Davon finden wir genug. Granate würde ich schon erstmal gerne behalten. Nägel finden wir eigentlich auch, oder? Wobei. Doch, weg damit. Barret. Ach, ich weiß, was das ist. So eine Mütze. Wie geil. Ah, Barret. Barret, ja. Barret. Ah, Rucksack. Endlich. Dann kann ich meinen wegschmeißen, ne? Jetzt kannst du ihn wegschmeißen. Das ist nämlich ein Travel Pack, ja. Äh. Scheiße. Ich hab meinen Hut irgendwie ausgestellt. Ähm. Ja. Über Settings. Bei mir ist es Q, aber ich weiß nicht, ob ich das anders belegt hatte. Sonst probier mir F, I oder sowas. Ich probier mir gerade alle Tasten. Ja, man hört's. Hä? Ah? 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 Was ist das? So. So, jetzt geht's wieder. Ja, guck. Welche Tasten war's? Keine Ahnung. Beste Voraussetzung. Ich hoffe, er war auch passiert nicht nochmal und... Oh, endlich Platz. Travel Pack. Best. Duct Tape. Scrap Metal, nehm ich mal mit. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Komm Juin, du scheiß Zombie. Gib mir deine EP. Du auch. Alter! Ey, der hat doch so ne Kackzommis. Wisst ihr das? Moni, lass die Tastatur bitte ganz. Ich hab dem Hoden nur kurz geschrieben. Hat er gefragt, ob wir spielen? Ähm. Ne, er hat nur gefragt, ob das noch aktuell ist, weil ich ihn ja gebeten hab, einmal reinzukommen ins Spiel. Achso. Ja, sag, er kann gerne mit joinen. Sofern er möchte. Ja, mich hat kein Zombie aufgefressen. Cool. Ja, guck. Manchmal läuft's. So, was haben wir hier? Da geht's nur rum, okay. Oh, was liegt denn da? Ist das auch ein Gaskanister? Ja, geil. Nice. So, was schmeißen wir dafür weg? Das ist eine gute Frage, ne? Ähm. Davon nehmen wir erstmal eine. So, wenn das ist, wir nehmen es. Ach, guck mal. Warum nehmen wir noch eine? Halt. Stopp. Ähm. Can it pasta? Können wir eigentlich auch noch essen. Ja. Kann man übrigens so essen, ne? Brauchst keine Öffner für. Ach, ja. Das ist nett. So sind wir. So, klettern wir mal rauf. Ähm. Lohnt sich immer auf so einen Turm drauf zu klettern. Auf was für einen Turm meinst du? Also egal auf welchen. Da liegt häufig Zeug. Okay. Oh. Was liegt hier zwischen? Gucken wir mal. Ah, hier liegt nichts. Au. Ich hab mein Bein gebrochen. Boah. Und jetzt stirbst du wieder. Ach. Ich hab ja mein Schlachtermesser. Du machst mir manchmal Angst. Mua. Ich damit wohl so ein Schwein tot krieg? Also Bastian schreibt gerade mit den Tabletten, die ich gerade geschnuckt habe. Kann man Molden-Getränke wieder genießbar machen? Habe ich auch noch nicht gewusst. Also hast du diese Water-Tabletten da geschluckt? Nee, nee. Das waren, warte, ich guck gleich mal, wie die heißen. Ähm. Wo hab ich sie? Hier. Perification. Genau. Wasseraufbereitungstabletten sind das. Lustig. Und du hast sie gegessen? Alter, ich hab glaube TNT. Gut. Ja, ich hab tatsächlich auch nackt. Wer? Du. So, ich bin jetzt auf dem Berg hier drauf. Wo muss ich denn jetzt hin? Zum Airfield. Ja, wenn ich wüsste, wo das ist. Das ist mir ganz klammert. Und dann ziehen wir euch ja. So, nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir hier Vitamine, Vitamine. Junge, du musst doch deine Vitamine essen. Jetzt will ich gern zurück in die Stadt, wo so viel Zeug war. Tja, Moni. Man kann nicht alles haben. Jetzt ist erst mal Zombie-Klatsch-Zeit hier. So. Irgendwann hat der Knochenbruch hier auch mal, ne? Ja. Dauert auch eine Weile. Kent Cola. Was haben wir hier? Was steht hier in der Bank? Swift. Magazine. Also jetzt brauche ich gleich nur ein funktionierendes Auto. Dann kannst du losgehen. Ach, guck mal. Hi, Zombie. Was haben wir hier? Ähm. Ach, hallo. Die habe ich nicht mehr gerechnet. Das ist ein Döschen. Eine Tasse. Winchester-Clip. Ist hier draußen noch irgendwas, was wir brauchen können? Bayonet. Wie lustig. Okay. Oh, was ist denn hier? Ach so, Pfeile. Lustig. Okay. So, jetzt muss ich irgendwas essen. Oh, endlich. Kann wieder laufen. Dupidup. Danke, Jesus. Sie kann laufen. Ja. Das ist ein Wunder. Der heilige Matthias hat mich geheilt. Ja, genau das. Jetzt hör auf damit, ey. Ach, ähm, ich bin jetzt hier, ich glaube, das, nee, das ist eine Stadt, ne? Warte mal. Ich würde sagen, wir quatschen das in der nächsten Folge. Ja, machen wir. Ciao. Tschö.